Yo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Season-Auftrag Woche 10 und zwar zerstöre Briefkassen bei Sleepy Sound oder T-T-Towers. Fünf Stück, also hier ist T-Towers und hier ist Sleepy Sound. Ihr müsst einfach Briefkassen einfach zerstören und ja, dann würde ich einfach sagen, sag ich euch auf jeden Fall, wo die auf der Karte sind und ja, bis gleich. So Leute, das hier ist auf jeden Fall T-T-Towers und ich zeige euch den schnellsten Weg auf jeden Fall, wie ihr Briefkassen hintereinander direkt zerstören könnt. Ihr geht direkt hier beim kleinen Haus. Okay, hier ist gerade kein... Okay, dann läuft ihr einfach hier. Hier ist direkt der erste Briefkassen. Einmal kaputt machen. Eins von fünf Leute. Eine Sekunde Leute. Gehen wir auf jeden Fall hier direkt mal weiter. Hier. So, zack. Hier ist dann direkt noch ein Briefkassen. Einfach zerstören. Zwei von fünf. Geht ihr einfach weiter geradeaus. Hier ist direkt noch ein Briefkassen. Einfach kaputt machen. Drei von fünf. Und dann... Oh, da hat er mich gekillt. Egal, zweiter Versuch. So Leute, machen wir direkt weiter. Wir sind hier stehen geblieben. Macht ihr einfach kaputt. Und dann ist hier direkt noch ein Briefkassen. So, zack. Einmal kaputt machen. Und dann ist hier auch noch ein Briefkassen. Könnt ihr kaputt machen. Und... Ja, Leute, es war es halt schon mit dem Video. Also, wie gesagt, hier. 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 Also, hier und hier noch einmal. Sind Briefkassen. Checkt die Briefkassen auf jeden Fall ab. Und ja, Leute, es war es schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr seht euch das gefallen. Lasst gerne einen Lecker. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst euch gelockt. Ich habe es keinen Blödes Mal verpasst. Und ich würde sagen, es war es nicht mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Leute, tschüss. 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 Tschüss.